50% auf alle Osterartikel, hieß es am Tag, bevor die Geschäfte geschlossen haben. Alles muss raus. Vor Ostern machen die Geschäfte nicht mehr auf. Dieses Kaufhaus jedenfalls nicht. 25 Tage vor Ostern ist Ostern im Ausverkauf. Alles zum halben Preis. Ostern findet dieses Jahr nicht statt. Keine Gottesdienste, keine Osternacht, alles abgesagt? Da dürfen wir lachen. Und zwar ein breites Osterlachen. Das kommt uns nicht abhanden, denn die Auferstehung lässt sich nicht absagen. Die Botschaft, dass das Leben stärker ist als der Tod, die killt auch kein Coronavirus. Wir müssen nur noch ein bisschen das mit dem Lachen üben. Aber das wird schon. Viele Kirchen sind offen. Gehen Sie rein. Genießen Sie die Stille, hängen Sie Ihren eigenen Gedanken nach. Und wer mag, kann auf den Stufen des Altars eine Botschaft hinterlassen. Für alle anderen, die auch noch kommen. Und lesen, was sie sich so gedacht haben. Und eins noch, Sie dürfen sich sicher sein. Die Osterglocken, die werden läuten in der Osternacht. Und zwar volles Geläut. Ich bin Christiane Lehner, Pfarrerin in Fürth. Ich bin Christiane Chase. Vielen Dank.